Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Nia. Ja meine Lieben, wir sind hier in der letzten Folge angekommen. Wo wir hier genau sind, das kann ich euch leider nicht mehr sagen. Denn die letzte Folge, die habe ich knapp über eine Woche, ja doch ist schon über eine Woche her, da habe ich die letzte Folge aufgenommen. Ähm, bin jetzt eben hier vom Speicherpunkt auch nochmal hierher gelaufen und ich muss euch erstmal was gestehen, denn ich habe auf dem Weg hierhin was aufgesammelt. Ähm, weil das halt genau auf meinem Weg lag, ja also ich bin da nicht extra nach rechts oder nach links gelaufen, sondern es lag einfach da. Und ich möchte euch erstmal zeigen, was das gewesen ist. Ähm, alle Items. So, dann schauen wir mal, denn das müsste ja hier rechts an der Seite neu stehen. Holz. Okay, Holz ist es nicht gewesen, es ist das Efeu gewesen. Eine Pflanze, die in schmalen Ranken wächst. Häufig für Seile verwendet. Okay, ja das hier möchte ich dann auch mal ausblenden. Riesenspinnenseide. Faden einer Riesenspinne. Genau, wir haben ja gegen Spinnen gekämpft in der letzten Folge. Äh, da kommen wir auch gleich zu. Fledermaus, Zahn. Genau, auch aus der letzten Folge. Hirschfleisch. So neu ist das gar nicht. Benutztes Malbuch. Ein Bilderbuch, das mit Buntstiften vollgekritzelt ist. Okay, das ist ja auch was ganz Neues. Hirschgeweih. Ein Hirschgeweih abgetrennt im mittleren Alter. Wird für zahlreiche Medikamente verwendet. Ist dem so. Für welche Medikamente, würde ich ja mal gerne wissen. So, ähm, ja. Soviel dazu. Ich möchte gerne noch ein bisschen was erzählen, was in der letzten Folge passiert ist. Da ist nämlich schon ein bisschen was passiert. Also, als erstes haben wir gegen die Frau in der Unterwäsche, ja, die sich Cain nennt, gekämpft. Dieser Kampf wurde, ja, mehr oder weniger durch einen Monster unterbrochen, das wir dann gemeinsam erledigt haben. Ähm, nach dem Kampf ergriff, ja, das Monster die Flucht. Genau, es ist geflohen. So besiegt haben wir das gar nicht. Also, es könnte sein, dass wir eventuell das Monster nochmal irgendwann antreffen werden. Ähm, dann haben wir bemerkt, dass von Cain Symbole verschwunden sind. Und an der Hand, an der, Moment, an der linken Hand dürfte das gewesen sein. Genau, das war auch so mit einem Schatten so verzogen. Ja, so hat es zumindest mal so ein bisschen ausgesehen. So ein dunkler Nebel ist das gewesen. Und da waren so Schriftzüge oder Symbole eben. Und die sind dann, ja, plötzlich aufgetaucht und dann auch plötzlich verschwunden. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ähm, was ist noch passiert? Ah, wir, wir haben, wir haben in Adlerhorst. Ich glaube, so hieß der Ort. Hoppla, oh Gott, Entschuldigung, das ist nicht das, was ich wollte. Ich wollte, ich wollte, ich wollte ins, hier, Grimoror Vice, wichtige Items, Adlerhorst, doch, es heißt so Adlerhorst. Ich konnte mir was merken, ich bin, ich bin richtig stolz auf mich. Ja, in Adlerhorst sind wir gewesen und wir haben es geschafft, das Paket unbeschädigt zuzustellen. Wahnsinn, oder? Ja, ich würde euch auch gerne sagen, wo wir jetzt hier aktuell sind. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich hoffe mal, dass wir hier noch eine Karte finden werden. Auf jeden Fall werden wir uns in der heutigen Folge erstmal hier uns umschauen und, ähm, ich kann hier nichts tun. Gut, aber mit dir möchte ich halt sprechen, ne? Mit den Bewohnern. Diese Stadt wurde erst zu einem Handelszentrum, als die Welt im Ozean versank. Andere Leute mögen darüber nicht gerade glücklich gewesen sein, aber für uns war es großartig. Seeleute haben ein furchtbares Temperament. Die Frauen sind besonders schlimm. Also, benehmt euch lieber. Ah, stimmt. Danke für die Warnung. Stimmt, wir sind doch hier, weil wir angeln sollen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Es fällt mir wieder ein. Jetzt weiß ich, was wir hier tun müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ähm, darf ich hier rein? Das finde ich schon mal gut. Dann muss ich nämlich nicht zurücklaufen. Denn für diejenigen, die, ähm, so meine Spielweise noch nicht so kennen. Ich laufe erst immer gerne alles ab, bevor ich irgendwelche Gebäude betrete. So, hier komme ich überall nicht rein. Was soll das denn? Sind das Pfandflaschen? Ne, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das sind Glasflaschen. Sind das, keine Ahnung. Ist das Deko? Sind da vielleicht Lichterketten drin? Und im Dunkeln sieht das dann hier draußen schön aus? So die Alternative für Straßelaternen vielleicht? Ne? Okay. Ähm, ist das ein Brunnen? Sieht direkt danach aus. Moment mal, da gab es doch noch einen, ne? Da oben habe ich doch, glaube ich, auch einen gesehen. Ja. Aber ich kann damit nicht interagieren. Okay, das macht ja er. Hier ist auch einer. Also doch, ich habe einen gesehen. Ja, okay, alles klar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm. Moment, die Möglichkeit habe ich nicht. Super. Gut, dann spreche ich dann erst mal. Ja, mit wem spreche ich dann zuerst? Ich finde deine Frisur schick, deswegen spreche ich erst mal hier mit dir. Einwohnerin. Dieser Stadt geht es besser als den meisten anderen. Und dafür haben wir unseren Handelnspartnern zu danken. Gut, sie wiederholt sich. Wer sind denn eure Handlungspartner? Hallo. Hallo. Eine Hafenstadt wie diese ist ein wahres Juwel. Wenn ihr etwas hier nicht finden könnt, werdet ihr es nirgendwo finden. Es gibt ein Postamt im Zentrum der Stadt, das Briefe und Pakete in alle Welt verschickt. Und mal sehen, was noch? Wir haben jede Menge. Fisch. Die Nachfrage ist immer hoch. Und zahlreiche Frauen. Aber die sind nicht so sehr gefragt. Ja, ich glaube, dass Nia im Moment weniger an Frauen interessiert ist. Ich glaube, dafür hat er im Moment gar keine Zeit für. Okay, hier geht es nach oben. Das gefällt mir jetzt natürlich nicht so. Ich finde es schade, dass die Gebäude hier in den Karten nicht, also in der Karte nicht mit eingezeichnet ist. Achso, nee, kann es ja auch gar nicht, weil wir gar keine Karte haben. Daran wird es liegen, ne? Wir haben gar keine Karte für diesen wundervollen Ort. Okay, gut, ich spreche erstmal hier mit den Jungen. Der fragt sich bestimmt, wie man da in dieses Fenster reinkommt, oder? Was war das da oben? Glitzert da was? Immerhin. Okay, nee, alles klar, ich habe es erledigt. Gut, dann bin ich mal gespannt. Warum müsst ihr euch immer so an Leute heranschleichen? Immer? Das ist das erste Mal, dass wir miteinander reden. Das ist schon alles? Ich dachte, der... Ach, das ist... Das führt zu nichts. Hä? Warum redet der denn jetzt mit uns? Da hast du recht. Vielleicht sollten wir unsere Zeit lieber damit verbringen, einen Experten ausfindig zu machen. Meinst du, so jemanden finden wir hier? Natürlich! Dies ist ein Fischerdorf, oder? Warum hast du das denn nicht schon früher vorgeschlagen? Ihr Menschen! Immer andere um Hilfe bitten, anstatt selbst einmal nachzudenken. Eine wahrlich abscheuliche Angewohnheit. Grimora weiß um Hilfe bitten. Warum kommt das jetzt? Was habe ich gemacht? Ähm, ich weiß nicht. Ich würde das erst mal so gern probieren. Aber vielleicht brauche ich seine Hilfe und ich weiß es nicht. Oh Mann. Ja, dann ja. Oho! Da ist der Mann, nach dem wir suchen. Du hast herausgefunden, wo du jemanden finden kannst, der etwas über Schamanenfische weiß. So, entschuldigt bitte. Ich musste hier gerade einen Cut setzen, denn mein Handy hat geklingelt. Ja, das ist alles ein bisschen viel im Moment bei mir. So, aber, ähm, ja. So. Du hast herausgefunden, wo du jemanden finden kannst, der etwas über Schamanenfische weiß. Das ist gut, dass ich herausgefunden habe, wer das ist. Das bedeutet nämlich, dass ich mit dem ganz am Schluss spreche. Ja, ich verstehe noch immer nicht, warum wir ihn nicht direkt gefragt haben. Darum. Und nun, los. Ja, alles klar. Ich würde jetzt aber trotzdem gern wissen, wie das jetzt der Auslöser gewesen ist, dass Grimora jetzt dazu gekommen ist, ähm, uns seine Hilfe anzubieten. Na, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Das ist ja schön, dass ich hier drauf stehen bleiben kann. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie vielleicht kann ich... Oh mein Gott. Kann ich... Ich hätte nicht erwartet, dass er doch so hoch springt, aber ich kann nicht auf den Balkon, ne? Ne, das passt gar nicht. Ne, das ist... Ne, dafür sind wir, ja, auch ein bisschen zu breit gebaut, ne? Und hier komme ich auch nicht rein. Wunderbar. Ah, doch. Jetzt habe ich... Oh mein Gott. Pack dein Schwert bitte wieder ein. Das ist nicht das, was ich wollte. Eine Karte habe ich hier. Ja, gut, das rote X ist da unten. Da soll ich wohl hin und da gehen wir natürlich nicht hin. Sag mal, was ist denn mit den Leuten hier los? Warum starren die denn alle die Wand an? Wurden die vielleicht von ihren Eltern bestraft? Weil ich... Das war bei mir tatsächlich so als Kind. Wenn ich mich irgendwo nicht benommen habe, dann musste ich mich eine halbe Stunde in die Ecke stellen. Ne? Und an die Wand gucken. Aber das hat dann auch nur bis zu einem gewissen Alter funktioniert. Ähm. Dies ist ein geheimer Ort, an dem uns niemand finden kann. Nun, außer euch, nehme ich an. Jetzt verschwindet, bevor noch mehr Leute kommen. Ah, ja. Und ich dachte schon, ich wäre unkreativ. Aber das ist... Ja, sorry. Du bist ja überhaupt gar nicht kreativ. Not at all. Ähm. Soll ich dir ein Versteck suchen? So. Ich habe jetzt Angst. Aber wir müssen das jetzt halt einfach ausprobieren, ne? Gehe ich jetzt baden, wenn ich jetzt hier reingehe? Ah, ich komme gar nicht weit. Guck mal, das finde ich so toll vom Spiel. Es sei denn, ich mache jetzt einen Doppelsprung, ne? Und dann bin ich weg vom Fenster. Ich kann hier also auch nicht runterfallen. Das finde ich auch richtig toll, ne? Bei Dark Souls wäre ich wahrscheinlich jetzt schon zehnmal tot. Also nicht wahrscheinlich. Ich wäre zehnmal tot. Ne? Obwohl ich das Wort ja eigentlich nicht so gerne in den Mund nehme. Ne? Kampfunfähig. Genau. So, ich könnte jetzt hier... Ja, ich könnte nicht nur... Ich mache das jetzt auch. Die Treppen hier hochgehen. So. Hier passiert auch nichts. Klingt das komisch, wenn ich sage, dass ich diese Farbkonstellation hier so von diesen Glasflaschen toll finde? Ich finde, ich bin doch so ein bisschen fasziniert worden, ne? So dieses blau-lila oder so. Ähm. Das probiere ich jetzt mal. Oh my God. Das hat nicht funktioniert. Echt nicht. Das ist nicht schön. Ich wollte jetzt mal schön die Aussicht genießen von da oben. Okay, kann ich da vielleicht über die Seile da laufen später? Ich habe so viele Fragen. So, hier komme ich höchstwahrscheinlich jetzt noch nicht durch, ne? Da brauche ich höchstwahrscheinlich einen Schlüssel für. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, was will ich denn auch da? Denn da ist nur eine Tür und die wird höchstwahrscheinlich dann auch nicht zugänglich sein. In Ordnung. Ne, bisher gab es ja noch gar keine Tür. Ah, Moment. Das habe ich gar nicht ausprobiert, ne? Bei den Kisten unten. Sollte ich vielleicht nochmal hinlaufen. Vielleicht kann man die doch kaputt machen. So, ich muss hier an den Türen vorbei. Sollte vielleicht gucken, ob es doch vielleicht die ein oder die andere Tür gibt, die man benutzen kann. So, was sagst du denn so Schönes? Dieses Tor ist zu verrostet, um weiterhin benutzt zu werden. Okay, das ist natürlich nichts, ne? Das kommt davon, wenn man es halt nicht pflegt. Ne, dass es erst gar nicht so weit kommt. Aber naja. So. Dann waren wir hier auch noch nicht. Komme ich dem roten X näher? Ich hoffe nicht. Ich möchte das nicht. Hier passiert halt echt gar nichts. Sag mal, sind hier alle Tore verrostet und gehen nicht auf? Und dabei ist doch diese Stadt hier so toll. Und ihr habt ja so viel. Okay, das hier ist mir jetzt doch ein bisschen too much. Moment, ich bin hier glaube ich so, ja, auf dem Marktplatz nenne ich das immer gerne. Ich möchte nochmal zurücklaufen, denn ich hatte ja hinten noch einen anderen Weg. Äh, nee. Da ist das verrostete Tor. So, und hier sind wir jetzt nochmal so in dieser Hauptgasse, nenne ich das mal. Moment, wir kamen von hier. So, und ich wette, hier komme ich dann auch wieder so auf den Marktplatz, oder? Ja, aber wahrscheinlich, da hinten ist der aber. Okay, Moment, ich möchte erstmal die ganzen Seitengassen entlanglaufen. So, hier sind wir die Treppen hoch. Hier ist eine Sackgasse, hier steht das Mädchen. Genau. Genau, dann habe ich ja nur noch diesen Weg hier. So, dann laufen wir. Versteckst du dich auch? Ist das hier auch dein toller, super, duper, geheim Versteck? Ich habe meinem Bruder versprochen, ihn zu besuchen, aber nun kommt er nicht aus dem Haus. Er sagt, seine Finger färben sich schwarz oder so, einen Blödsinn. So wie das, so wie das vielleicht bei, bei ihr gewesen ist, mit dem Mädchen in der, in der Unterwäsche. Och, eine Frau in der Unterwäsche ist es ja eigentlich gewesen, ne? Ist ja kein Mädchen gewesen. Kane, so hieß sie. Oder heißt sie. Okay. Okay. Alles klar. Ähm, hier ist auch nichts. Ah, Moment. Ah, alles klar, Jelly, ich kann mich erst gar nicht da oben drauf stellen. Lebensmittelhändlerin. Habt ihr Interesse an importierten Früchten und Gemüse? Oh my god, ich kann wirklich bei dir was kaufen. Ja, aber so günstig. Pilze. Pilz? Ein vielseitig verwendbarer Pilz, der am Fuße von Bäumen zu finden ist. Okay, nehme ich tatsächlich einmal mit. Königsfahn. Da brauche ich drei Stück für, für eine Mission. Eine Fahnart mit essbaren Blattknospen. Moment, da kaufe ich mal fünf. Reis. Manche Leute kochen und essen ihn, während andere daraus ihren eigenen Wein herstellen. Aus Reis? Okay. Ähm, Bohnen. Ne, das brauchen wir alles nicht. Das ist... Knolle. Okay, komm, Knollen kaufen wir mal. Die sind ja nicht so teuer. Samen. Rote Mondblume. Okay, Moment. Entschuldigung, ich bin jetzt einfach so hier durchgezischt, ne? Knolle. Eine Dahlienknolle, die du im Feld pflanzen kannst. Dasselbe hier mit der Tulpe und mit der Fressie. Was zur Hölle ist eine Fressie? Okay, noch nie gehört. Noch nie, keine Ahnung. Mondblume, Mondsamen. Rote Mondblume, genau. Eine, ein Mondblumensamen, den du im Feld pflanzen kannst. Dasselbe hier dann auch mit der goldene Mondblume. Dann nehmen wir eine mit. Samenblaue Mondblume nehmen wir auch mit. Genau, das kaufe ich jetzt auch alles. Ah, ich habe nur noch 1420. Oh mein Gott, ich bin wieder so arm. Danke für euren Einkauf. Ja. Amazon bedankt sich auch ständig. Es riecht nach mehr. Ja. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wer... Wer sagt das denn? Also ein Kind, eine Einwohnerin. Aber welches Kind und welche Einwohnerin hat das gesagt? Ihr seid Freunde von diesem süßen Postboten, oder? Oh, ich liebe Männer in Uniform. Oh, Moment. Ihr seid nicht befreundet? Nun, ihr selbst seht auch ganz schnuckelig aus. Ich habe den Postboten seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Okay. Tolle Uniform hast du da an, Nia. Hast du gehört? Hallo. Ich koche jeden Fisch, den mein Mann nach Hause bringt. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ach, bei dir kann ich gar nichts kaufen. Ach, super. Dann habe ich jetzt auch gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, dass ich nebendran so viel Geld ausgegeben habe. Ähm... Ja, zu viel Geld? Hey! Seid vorsichtig im Umgang mit der alten Dame im Leuchtturm. Sie bereitet allen Leuten, die sie trifft, nichts als Ärger. Wirklich? Komme ich hier hin? Ich glaube, hier komme ich ganz woanders hin. Zum Meer. Oder... Oh, das sieht schön aus. Sind das da hinten Delfine gewesen? Das sieht nach Delfinen aus. Oh mein Gott, wie schön. Das Wasser ist... Hat so ein schönes Blau. Naja, eigentlich ist es ja der Himmel, der blau ist, ne? Aber trotzdem. Oh mein Gott. Du bist aber ne Robbe, ne? Jetzt bitte sag mir nicht, dass ich euch angreifen kann. Das wäre nicht schön, wenn ich das könnte. Musst du vielleicht nochmal ins Wasser? Ist das zu trocken für dich? Ne, ihm scheint es gut zu gehen. Der fühlt sich wohl. Du bist auch ne Robbe. Ihr seid... Das sind ja alles Robben. Ne Seerobbe. Du lässt es dir aber auch gut gehen, ne? So, was können wir hier aufsammeln? Hier sind eine Menge Kinder, fällt mir auf, ne? Ähm. Gastropode erhalten. Was auch immer das sein mag. Aber das wird uns bestimmt unser Herr Weiß sagen, was das ist. Ähm. Alle Items. So, Reis, Samen. Das kennen wir alles. Das haben wir eben alles gekauft. Setzling. Okay. Okay. Ein Gastropode aus dem Meer. Eine leckere Zutat für einen Eintopf. Okay. Nehm so is. Ich kann euch auch nicht wehtun, oder? Ich möchte es aber ausprobieren. Es tut mir so leid. Ach, ich kann nichts machen. Ich kann euch nicht... Ach, ich kann euch nicht lagen. Ich kann euch nicht wehtun. Das finde ich toll. Habe ich doch so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen, weil ich es ausprobiert habe. Aber hey, learning by doing, oder? Wir müssen... Das hier irgendwie so in Erfahrung bringen. Also ich muss das in Erfahrung bringen. Ich muss das hier herausfinden. Ne? Ich wette, ich kann mir eher einen tollen Zungenbrecher ausdenken, als ihr. Ja. Vielleicht. Es darf niemand wissen, was unser Ritual ist. Auf Wiedersehen. Was für ein Ritual, bitte. Ich glaube, ihr guckt alle zu viel Fernsehen. Gibt es hier überhaupt Fernsehen? Hey, lasst uns Zungenbrecher spielen. Oh nee, ich habe das gehasst. Wir mussten das in Deutschunterricht auch ein paar Mal machen. Also das war... Okay, an der Grundschule noch. Und dann durften wir auch dann erst den Klassenraum verlassen, als wir unserer Lehrerin dann auch einen Zungenbrecher vorgesagt haben. Vorgesagt haben, den genannt haben, wie auch immer. Wo komme ich denn hier hin? Es sieht wieder alles so hell aus. Okay. Hier geht es schon mal nicht weiter. Hallo. Die Arbeit war anstrengend. Daher mache ich eine kleine Pause. Dies ist ein toller Ort zum Entspannen. Das sieht auch richtig nice aus. Also hier würde ich mich sogar hinsetzen. Bin ja nicht so gerne der Mensch, der rausgeht. Aber hier würde ich rausgehen. Ja, schon... Schon nice. Oh, hier ist bestimmt die Frau. Ne? Das hier ist der Turm. Die Frau, die uns Ärger macht. Moment, die haben wir doch in der letzten Folge gesehen, ne? Die doch mit ihrem Stock hier hoch ist. Ist das diese Frau? Stimmt. Komm, öffnen wir die mal. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn jetzt sehen, wo ich jetzt hier hin kann? Die Musik ist schön. Das ist mir hier schon ein paar Male aufgefallen in diesem Spiel, dass die Musik richtig nice ist. Okay, im Bett hier ist niemand. Hier ist eine Leiter. Ist die Frau hier die Leiter hoch? Das hier können wir mitnehmen. Untersuchen. Heiltrank erhalten. Okay. So kann ich hier mit diesem Teil hier interagieren, was auch immer das sein mag. Ach, ja. Ne? Natürlich. Leuchtturm ergibt Sinn. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt nochmal runter. Hier ist aber gar niemand. Die Frau ist gar nicht zu Hause. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie auch hier wohnt. Hoppla. Ja. Ich experimentiere wieder so viel. Öffnen. Ja. Super. Okay. Vielleicht müssen wir einen anderen mal hier hin. Hier draußen stand auch niemand. Ah, Moment. Ich kann. Ne, von hier sind wir gekommen. Ich rede komische Sachen. Okay, alles klar. Dann kann ich. Zack. Ja. Wir sind wieder auf den Po gefallen. Aber hier können wir uns doch ein bisschen... Ja, den Weg verkürzen. Indem wir einfach runterspringen. So, Moment. Stopp. Von hier bin ich gekommen. So, dann haben wir das auch geschafft. So, er hat mir von dieser Frau erzählt. Ich habe aber diese Frau nicht antreffen können. So. Ähm. Gut. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch und schaue mich mal hier oben um. Was meint ihr? Ah, das sieht aus, als würdest du Waffen herstellen, oder? Hallo. Meine Waffen mögen nicht die neuesten und besten sein, aber dafür ist meine Auswahl unschlagbar. Und bestimmt auch sehr teuer. 16.800 für ein Bestienprügel. Wo soll ich denn die herholen? Soll ich mir die aus den Rippen schneiden? Angriff 172. Oh. Ein Schwert, das mit einem Bestienmotiv verzehrt ist. Seine kurze, dünne Klinge ist nur schwer sichtbar. Oh. Das hört sich echt nice an. Das hört sich echt nice an. Wirklich. Aber ich hab das Geld nicht. Allein schon die Angriffskraft. So, diese Kisten kann ich aber kaputt machen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, das hat nämlich danach ausgesehen. Du hast das Tutorial Angeltipp 1 freigeschaltet. Das ist ja der Wahnsinn. Und ne... Knolletulpe erhalten. Ich hätte mir die doch nicht kaufen sollen. Ja, super. Da hätte ich aber auch nur 30 Gold gespart. Na? Ah, ja, super. Alles klar. So kommt man auch runter. Das ist aber nicht meine Absicht gewesen. So, Moment. Jetzt muss ich natürlich erstmal ins Menü. Und... Ah, stimmt. Das wollte ich noch sagen. Hier, meine Wörterliste. Ne? Also, ähm... Dem ist wohl gar nicht so, dass das hier alles automatisch angepasst wird. Ich muss das irgendwie... Irgendwann... Muss ich diese Effekte auswählen. Diese Wörter. So, aber wie das funktioniert, da habe ich jetzt noch gar keine Ahnung. Ähm... Tutorials. So, und dann haben wir doch hier irgendwo... Unser Angeltipp 1. Ganz genau. Je nach verwendetem Köder kannst du verschiedene Fische fangen. Selbst am gleichen Angelplatz. Ja gut, das... Ist ja in vielen Spielen so, ne? So. Hier haben wir auch noch Kisten, die man kaputt machen kann. Das ist schön. So, hallo. Ähm... Ja. Bewohner. Habt ihr diese Brücke draußen im Wasser gesehen? Angeblich wurde sie vor langer Zeit genutzt, um riesige Eisenwegel anzudocken. Wo? Ich habe keine Brücke gesehen. Ah, diese Brücke? Meint er diese Brücke? Moment, ich muss noch mal mit ihm sprechen. Habt ihr diese Brücke draußen im Wasser gesehen? Ja, das wird diese Brücke sein. So gut, ich mache erst mal das hier kaputt. So, hier haben wir noch ein Tutorial erhalten. Dünger, Blüte Plus. Du hast das Tutorial Angeltipp 4. Okay. Und hier haben wir medizinische Kräuter. Das mit dem Angeltipp, das lassen wir jetzt mal. Denn ich möchte gerne erst mal 2 und 3 lesen, bevor wir uns jetzt hier mit 4 auseinandersetzen. So, hier geht's nicht weiter. So, Moment. Stopp, Kind. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Psst. Ich spiele Verstecken. Ich wünschte, sie würden sich mal beeilen und mich endlich finden. Ja, weil du ja auch so schwer zu finden bist. Ne? Ah, okay. Ähm, so, jetzt muss ich mal hier entlang. Hier geht's nicht weiter. Und... Hier auch nicht. So, Moment. Ich kann aber hier runter. Moment, ich kann doch hier runter. Ne, das Spiel lässt mich hier nicht runter. Laufen. Also die Treppen runterlaufen. Okay, ist in Ordnung. Finde ich gut. So, erstmal hier diesen... Okay, mal gespannt, wo ich hier hinkomme. So, bist du auch am Verstecken? Oder was machst du? Hey! Erwachsene haben hier keinen Zutritt. Verschwindet! Ah. Ja. Tut mir leid, jetzt bin ich aber nun mal hier. Und kann nicht verschwinden. So, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Jetzt bin ich ja doch irgendwie doch ein Stückchen weiter gelaufen, als ich eigentlich wollte. Da hinten sind Kisten, die ich kaputt machen kann. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Oh, das hier gefällt mir alles nicht so. Ich sehe gerade hier auf der Karte. Da hinten kann ich bestimmt abspeichern. Okay. Moment, kann ich eigentlich auch auf das... Ja, ich kann hier drauf. Aber mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Okay. So, bei euch möchte ich kaputt machen. So, Setzling, medizinische Kräuter erhalten. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Moment mal, stopp. Ah, stopp. Ich weiß, wo wir hier sind. Ja, nein, von da bin ich gekommen. Eben schon. Okay, nee, alles klar. Da möchte ich ja nicht hin. Boah, dann kann ich ja jetzt wieder zurücklaufen. Da kümmere ich mich später drum. Hier. Die andere Seite. So, stopp. Was machst du hier? Hier haben doch Erwachsene gar keinen Zutritt, habe ich mir sagen lassen. Ha, ich würde gern was trinken gehen. Aber meine Frau würde mir die Hölle heiß machen. Inwiefern was trinken gehen? In der Fanta trinken gehen? Willst du ein Bier trinken gehen? Das ist ja dann doch schon ein Unterschied. Weil wenn du ein Bier trinken gehst, dann dauert das Ganze ein bisschen länger, als wenn du nur eine Fanta trinken würdest. So, und du bist der Kamerad, mit dem ich sprechen muss. Na, gut. Dann warten wir natürlich erst mal. In der Zeit werde ich erst mal hier noch mit anderen sprechen. Eine Krabbe erhalten. Ach du meine Güte. Bestimmt für meinen Eintopf. Oder? So wie die ganzen anderen Sachen, die wir da bisher gefunden haben. Die waren ja alle für einen Eintopf. So, Items. Alle Items. Heiltrank. Aber das ist doch nicht neu. Stellt alle... Ah, stellt alle Lebenspunkte wieder her. Ich dachte, wir hätten davon schon mal was gehabt. Königsfahn. Genau, eine Fahnart mit essbaren Blattgenösten. Die brauchen wir in unserer Mission. Pils hatte ich auch schon vorgelesen. So, die Krabbe. Ein Tier, das am Meer lebt. Pass auf seine Scheren auf. Ja, die sind scharf. Sollte man nicht meinen. Ich habe nichts gefangen. Gestern. Daher gab es zum Abendessen ein Seegras. Ein gerolltes Seegras. Ich mache heute wohl lieber reichliche Beute. Ich habe Hunger auf Kugelfisch. Daher habe ich so viele Wattwürmer mitgebracht, wie ich tragen kann. Das ist der einzige Köder, an dem Kugelfische interessiert zu sein scheinen. Zu sein scheinen. Also das steht auch gar nicht so hundertprozentig fest, aber ich werde mir das versuchen zu merken. Wattwürmer für Kugelfisch. Das sollte ich mir vielleicht aufschreiben, oder? Ähm. Wattwürmer. Kugelfisch. Ist notiert. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit mir teilst. So, Moment. Wir Fischer schauen jeden Tag in der Taverne vorbei. Das ist eine Art ungeschriebenes Gesetz für Seeleute. Ah, ich verstehe. So, was haben wir hier schickes? Totholz erhalten. Was wollen wir denn mit Totholz? Was kann man denn damit anstellen? Alle Items, weil ich nämlich keine Ahnung habe, in welche Kategorie das Totholz fällt. Wahrscheinlich wird das unter Holz sein, oder? Nee. Das ist nicht. Altes Holz, das an Land gespült wurde. Was wollen wir damit? Ich bin gespannt. So, Moment. Hier oben ist eine Kiste zumindest, die ich kaputt machen kann. Und wir haben hier... Aha! Du hast das Tutorial Angel Tipp 3 erhalten. Erhalten. Ich glaube mal, dass da erhalten stand. Das ging zu schnell weg, dass ich mir das jetzt einfach mal ausgedacht habe. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich bin überfordert. Ich bin überfordert. Hier kann ich rein. Das überlassen wir... Das lassen wir jetzt erstmal. So. Bin ich hier gewesen? Moment. Ich weiß, dass ich hier gewesen bin. So, dann bin ich hier. Dann bin ich hier auf die andere Seite. Dann bin ich... Bin ich hier hoch? Nein, ich bin nicht hier hochgelaufen. Die Leute in dieser Stadt hören nie zu, wenn man ihnen etwas sagt. Früher hat mich das in den Wahnsinn getrieben. Aber ich denke, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Man muss wissen, wann man Dinge ruhen lassen sollte. Auch wenn es Dinge sind, die einen verdammt wütend machen. Ja... Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass ich irgendwann diese Egal-Einstellung bekomme. Ähm... So. Nee, hier oben bin ich auch noch nicht gewesen. Ich dachte erst, hier wäre eine Leiter. Da bin ich aber gewesen. Und hier unten ist doch das Kind, das mir sagt, dass hier Erwachsene gar nicht sein dürfen. Okay. Hier haben wir medizinische Kräuter. Das kann ich leider nicht mitnehmen. Aha. Du hast das Tutorial Angel-Tipp-Finn freigeschaltet. Ja, das ist super. Mir fehlt aber noch zwei. Angel-Tipp 2. Moment, ich spring einfach mal so hier rüber. Okay, stopp, 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 stopp. Ich bin schon wieder zu weit gelaufen. So. Da oben bin ich fertig. Da oben war ja nur diese eine Frau. Ich laufe trotzdem mal hier die Treppen hoch. Okay, alles klar. Nee, das hat sich erledigt. So, super. Bleib du mal stehen. Hm. Soll ich wirklich wieder Pech zum Abendessen machen? Ja, hm, keine Ahnung. Es ist lustig, dass die Leute bereit sind, mehr zu bezahlen. Nur weil es importiert ist. Ja, aber das kostet ja auch Geld. Wir verfügen über die neuesten Medikamente. Und ihr werdet sie nirgends sonst finden. Okay, dann lass doch mal sehen. Oh mein Gott. Was sind das für Beträge? Eine Wundsalbe habe ich nicht. Ich habe Meeresfront. Hier sind wir. Hier ist eine Karte. Ja, ich möchte das kaufen. Habe ich die jetzt gekauft? Ja, ne? Was habe ich denn jetzt... Was habe ich denn jetzt gekauft? Hä? Ich hatte doch eben mehr Geld. Was habe ich denn jetzt eben gekauft? Bin ich blöd? Ähm. Moment. Ich möchte verkaufen. Medizinische Kräuter. Verkaufe ich... Nein, da verkaufe ich gar nicht. Wovon habe ich denn viel? Ich habe von gar nichts viel. Schaut mal. Eisenerz. Da verkaufe ich einfach mal drei Stück. So, bitte. Lehm verkaufe ich vier. Okay. So, kaufen. So, jetzt würde ich mir aber gerne hier diese Karte kaufen. Wäre das machbar. Dankeschön. So. Intelligenztropfen brauchen wir nicht. Karte Südfelder. Die kaufe ich mir auch. Okay. Komm, einmal kaufe ich die Wundsalbe einfach, dass ich sie habe. Ich habe mir die eben versehentlich gekauft. Kann das sein? Jetzt steht hier nämlich zwei und ich bin mir sicher, dass ich eigentlich null hatte. So, alles klar. Ich bin nicht in der Lage einzukaufen. Wir lassen das einfach mal sein. Ich hoffe, euch bald wieder zu sehen. Das glaube ich, ne? Ähm, ja. So, ähm, 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 ähm. Ich habe die Karte. What the? Das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte öffnen. Hab ich mich gerade erschrocken. So. Da sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Also da sind wir gewesen. Hier links auf der Seite. Da unten, ähm, im Süden waren wir auch in diesem Leuchtturm. Genau. Und da ist ja dieses rote X. Mit diesem Mann sollen wir sprechen. Da hinten ist der Brunnen. Da kann ich abspeichern. Da oben sind wir schon entlang gewesen. Und da, da sind die Boote, wo wir da rübergelaufen sind, um auf die andere Seite zu kommen. Okay, alles klar. Ist doch alles schon viel, viel besser. Das ist der Junge, der sich versteckt. Hier brauche ich auch nicht hochzulaufen. So, Moment, Stopp. Wenn ihr Fisch mögt, ist dieser Ort das Paradies. Ihr bekommt jeden Tag einen frischen Fang vorgesetzt. Okay, Moment, Stopp. Wo gehst du hin? Über die Metallbrücke vor der Küste wurden einst große Eisenkisten voll mit Menschen und Waren verschickt. Oder so ähnlich. Ich halte das für ausgemachten Schwachsinn. Ich kann mich dazu nicht äußern. Ich habe keine Ahnung. So, Moment, Stopp. Solange ihr eine Angel und einen Köder habt, könnt ihr überall entlang der Küste fischen. Ja, mir fehlt, mir fehlt beides. Wir haben die letzten neun Wochen über Fisch gegessen. Vielleicht sollte ich mal etwas anderes besorgen. Ja. Oh mein Gott. Oh. Dem mache ich etwas vor. Neun Wochen. Sagte sie neun Wochen? Sie sagte neun Wochen, ne? Neun Wochen, mein lieber Scholli. So, hallo. Hallo. Ladenbesitzerin. Wir haben wertvolle Materialien aus exotischen Ländern. Ja, kaufen. Oh mein Gott, ne Hülle. Eine Hülle, die an Land gespült wurde. Was für ne Hülle? Okay. Molluske? Okay. Eine Molluske aus dem Meer. Oft einfach ein Rezept verwendet. Spricht man das überhaupt so aus, Molluske? Eine Perle? Äh, Moldavid? Ein angebautes Gestein, das zu einem wunderschönen grünen Juwel verarbeitet werden kann. Kautschuk? Ist jetzt irgendwie alles nach komischen Attacken an. Eine klebrige Flüssigkeit, die von Bäumen gewonnen wird. Ja, also bei uns nennt man das Harz. Okay, alles klar. Ne, das, das, ne, ich hab kein Geld. I'm so sorry. Bis später. Ja, genau, bis später. So, hallo? Willkommen. Wir haben derzeit leider nichts auf Lager. Aber bitte kommt später wieder. Ja, Moment, hallo. Über die Metallbrücke? Alles klar. Ne, gut, dann hab ich mit dir ja schon gesprochen. Mit dir aber noch nicht. Mir fehlt ja schon jeden Tag an der Taverne vorbei. Das, ach, doch, doch, das ungeschriebene Gesetz. Genau, ja, ja. Ne. Mir fehlt noch eine Kiste, die ich zerdeppern muss. Denn für Angeltipp Nummer 4. So, hier kam ich jetzt nicht rein, ne? Gut, dann müssen wir ja jetzt nur noch die andere Seite ablaufen. Das schaffen wir auch noch in dieser Folge. Ich weiß, diese Folge hier ist so ziemlich vielleicht langweilig für euch, für die Leute, die das Spiel schon kennen. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Hier ist aber jetzt nichts, das ich kaputt machen kann. Und durch diese Tür hier darf ich höchstwahrscheinlich auch nicht. Hey, Kumpel, trinkt doch einen mit. Dieser Becher wird euch nie für einen anderen Mann verlassen. Was? Für einen anderen Mann verlassen? Bewohner? Okay. Ich gab ihr all diese Geschenke. Und nun erzählt sie mir, sie mag einen anderen Kerl. Nun sind mein Herz und meine Brieftasche leer. Ach Gott, das tut mir leid. Ach so, deshalb. Ja, okay, jetzt ergibt es Sinn, warum er das so sagt. Weil er, er redet ja eigentlich nicht mit uns, sondern mit ihm. Hm. Tavernenbesitzer. Dank unserer Lage sind wir ziemlich verwöhnt, was Fisch und Meeresfrüchte angeht. Okay, das ist ja alles sehr informativ hier. Gut, alles klar. Das war's dann schon. So, 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 so. Nee, ich bin überall gewesen. Dann muss ich jetzt auf die andere Seite. Und am besten kam ich von hier dorthin, ne? Aha. Hier bin ich nämlich auch noch nicht gewesen. Hier unten, ja. Hier unten war ich schon. Aber. Ich bin doch hier unten schon gewesen. Doch, hier unten war ich, ja. Aber ich bin noch nicht über diese Brücke da oben gelaufen, ne? Das ist neu für uns. So, das bedeutet dann nämlich auch im Umkehrschluss, dass ich mit euch beiden noch nicht gesprochen habe. Die Liegeplätze vor der Küste waren einst Teil einer massiven Brücke. Aber nun, da die Technik verloren ist, sind sie kaum mehr als gute Angelplätze. Hey. Ich würde gerne ein Koch werden. Dann könnte ich auch mal etwas anderes als Fisch auftischen. Oh. Glaub mir. Koch. Ja. Ne? Arbeitszeiten und so. Ein sehr undankbarer Job. Nee, nee. Mh, mh. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich mag die Winde, die hier durchwehen. Ja? Kannst du das auch genauer erklären, warum das so ist? Wegen dem, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber wegen dem Duft? Oder einfach so? So, hier komme ich rein. Mit dir kann ich sprechen. Ja, reingehen möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Ich möchte nirgendwo reinlaufen. Hier bin ich eben entlang gelaufen. Das weiß ich noch. Ich komme auch hier nicht runter. Doch, ich bin doch auf das Boot gesprungen. Doch, natürlich. So, ich gucke verzweifelt nach Kisten, die ich kaputt mache. Kann. Tada. Okay, Düngerernte plus, aber da ist jetzt kein Tutorial drin gewesen. Okay. Macht nichts. So, hi. Lehrling. Was? Das hier? Das ist das Postamt. Okay. Dann gehen wir mal rein ins Postamt. Okay. Das ist ja interessant. Mein Bein. Bereitet mir immer noch Sorgen. Ich denke nicht, dass ich so bald wieder meine Runde machen kann. Achso, du bist Zusteller. Okay. So, untersuchen. Ähm. Ist das jetzt ein Rätsel oder was? Kann ich hier irgendwas verschieben? Greifen. Oh ja, das habe ich mir doch schon fast gedacht. Okay, aber das hier ist ja noch ziemlich easy. Ja, stopp. Aufhören. Dich schiebe ich dann an die Wand. Dich schiebe ich hier hin. Und dich greife ich. Stopp, stopp, stopp. Schieb nochmal nach vorne. Schieb nochmal ein Stück nach vorne. Das hier war gerade ein bisschen blöd. Denn dich muss ich ja dann auch an die Wand hier hin schieben. So, und jetzt darfst du nochmal. Okay, stopp. Alles klar. So. Geheimversteck. Wir sind hier. Ähm, ja. Ah, hier ist eine Tür, oder? Ein Türrahmen zumindest. Okay, das hat so ausgesehen. Ich kann ja hier gar nichts machen. Das ist ja echt. Das ist doch ein Witz, oder? Für was war das Ganze jetzt? Ach, vielleicht kann ich erst später hier hin. Vielleicht ist hier später irgendjemand. Das wäre eine Möglichkeit. Okay. Oder muss ich da hinten hin? Moment, ich schiebe das hier mal nochmal zu. Zack. Kann ich da vielleicht durch? Stopp. Nee, 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 nee. Oh, Nia. Nee, Nia. Das war ein bisschen too much. Moment. Ne, wir sind hier... So schlank sind wir nicht. Okay, nein, nein. Das war jetzt schon wieder ein Stück zu viel eigentlich. Das ist nicht das, was ich wollte. Komm, dann vergiss es. Dann muss ich dich nochmal komplett dahin schieben. So. Dann greif mal. Aber ich komm da auch nicht rein. Von hier, ne? Hier ist auch nichts. Okay. Muss ich das nochmal... Muss ich einen anderen Mann nochmal hierher? Muss ich mir aufschreiben, damit ich das, keine Ahnung, in Folge 45 nicht vergesse? Ne, ich kann sonst hier nichts machen. Dann... Ein andern Mal. Okay, hier kann ich speichern. Okay. Möchte jetzt erstmal hier entlang... Ne, von hier kamen wir ganz am Anfang. Sind wir von hier gekommen, ne? Und dann habe ich den Brunnen gesehen und dachte... Dann dachte ich noch so... Nö, das lassen wir erstmal. Ich suche immer noch eine Kiste. Ich müsste eine Kiste kaputt machen, denn mir fehlt immer noch der Angeltipp Nummer 2. Hallo? Ich hörte. Die Leuchtturm-Dame hat irgendwas von einer Krankheit gegrummelt. Ha! Von wegen Krankheit. Das täuscht sie nur vor, damit wir Mitleid mit ihr haben. What? Ich glaube nicht, dass man sowas tut. Um Mitleid zu bekommen. Ich meine, es gibt Leute, die posten immer an Social Media, dass sie krank sind. Und da posten gerade ein Bild, dass sie im Krankenhaus sind. Und da denke ich dann... Also da bin ich dann auch manchmal so den Kopf am Schütteln. Weil sie dann einfach nur Aufmerksamkeit haben wollen. Meiner Meinung nach. Wir führen hier unser spezielles Ritual durch. Dabei darf uns keiner sehen. Das habe ich auch schon mal gehört. Hat doch schon mal irgendjemand gesagt. Wo hat das Mann das Mann ausgewandert? Du findest nicht das Worte mit den Männern in dieser Bar. Oh mein Gott, wie fürchterlich. Mein Mann geht jeden Tag mit seinen Arbeitskollegen in die Taverne. Wenn er so weitermacht, werde ich sein Taschengeld streichen. What the? Bist du seine Frau oder bist du seine Mutter? Mein Gott, warum sein Taschengeld? Der geht doch für sein Geld arbeiten. Gehe ich doch mal stark davon aus. Mein Nichtsnutz von einem Mann fängt mittags an zu trinken. Manchmal auch früher. Ich wünschte, er hätte es unter Kontrolle. Er hat Kinder, um die er sich kümmern sollte. Naja gut. Gehein. Also ich meine, ich finde das jetzt auch nicht in Ordnung, dass er mittags trinkt. Ich weiß ja nicht, wie viel er trinkt. Oder dass er das dann halt auch schon manchmal vormittags macht. Muss nicht unbedingt sein, dass er das nur macht, wenn er eine Familie hat. Da stimme ich ihr zu. Habe ich mit dir eben gesprochen? Nein, habe ich nicht. Mein Bruder lebt in einer anderen Stadt. Aber wir schicken uns Briefe, um in Kontakt zu bleiben. Ist das Postamt nicht großartig? Ja. Das ist es. Ich finde das Postamt ganz besonders toll für Pakete. Dass das Postamt für Pakete auch zuständig ist, finde ich ganz toll. Die Post so an sich interessiert mich eigentlich recht weniger. Das bedeutet nämlich dann, dass irgendjemand Geld von mir haben möchte. Ja, weil ich verbinde meistens Post mit Rechnungen. So. Ganz besonders warte ich noch auf eine Rechnung. Weil ich im Straßenverkehr nämlich auch nicht so ganz ordentlich gewesen bin. Und da kommt auch noch was auf mich zu. Ups. Kann ja mal passieren. Ich hoffe, das wird nicht allzu an. Doch, teuer wird es auf jeden Fall. Wow, Düngerernte. Und hier haben wir Setzlingen. Okay. Ähm, aber ich hoffe, dass ich meinen Führerschein noch behalten darf. Und dass ich den nicht abgeben muss, ne? Das wäre toll. Weil ich bin ja eigentlich so im Straßenverkehr bisher noch nicht so auffällig gewesen. So, hallo? Ähm. Der neue Typ hat Talent. Aber er ist ungeduldig. Ich denke, wir werden ihn noch eine Weile mit diesen dummen Aufgaben ärgern. Warum? Warum? Muss man jemanden ärgern. Die jungen Männer dieser Tage können nicht mehr ab. Gerade mal drei Monate dabei. Und schon am jammern. Mit dieser Einstellung wird er nicht einen Tag auf See durchstehen. Ja, das ist mit dieser neuen Generation sowieso so. Die sind sowieso immer nur am meckern. Ich arbeite seit drei Monaten als Fischer. Aber ich war noch nicht einmal auf dem Meer draußen. Ah, du bist derjenige. Ich meine, kommt schon. Wie viele schwachsinnige Aufgaben wollen sie mir noch auftragen? Ach, tut mir leid. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Praktikant oder Auszubildender. Es tut mir einfach so leid für euch. Aber da müssen wir irgendwie alle durch. Hey, es könnte schlimmer sein. Immerhin bin ich nicht so verzweifelt, dass ich mich einem dieser verrückten Kulte anschließen würde. Was soll ich dazu sagen? Ich muss eine Kiste... Was? Was wollt ihr? Dies ist ernsthafte Arbeit und kein Zirkus. Also verschwindet. Ach so. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Nia ziemlich gewissenhaft arbeitet, ja? Die Leute benutzen kleine Brote wie diese, um diese besten Fischgewässer zu erreichen. Daher müssen wir sicherstellen, dass sie in einem Topfzustand... In einem Topfzustand sind. In einem Topfzustand. Haha. Ehrlich gesagt sind diese Brote ziemlich fragil. Also wenn ihr keine Lust aufs Ertrinken habt, haltet euch von ihnen fern. Okay. Das muss ich überprüfen. Wie blöd war das denn bitte? Wo werde ich jetzt rausgelassen? Ah, hier bei euch. Yay. Das habe ich mal mit euch zusammengelegen. Ist das nicht toll? Und haben es uns doch richtig wohl gefühlt. Oder etwa nicht? So, ich kam doch am schnellsten hier hin, ne? Zack. Na gut, am schnellsten. Das lassen wir jetzt einfach mal. So. Ich bin hier gewesen. Ich bin da gewesen. Ich glaube, hier kann man nicht rein, ne? Nein, kann man nicht. Ich suche immer noch eine Kiste, ne? Super. Ich bin schon mal hier. Das hat funktioniert. Ah, da komme ich nicht hin. Moment. Hier vielleicht. Ach nee, das ist eine Kiste, die ich nicht kaputt machen kann. Das ist natürlich ärgerlich. So. Naja, das hat doch funktioniert. So. Alles top. Wunderbar. Das hätte ich geschafft. Ich habe mit einen gesprochen. Hier bin ich aber noch nicht gewesen. Ja, dich kann ich kaputt machen. Aber du bist nicht Angeltipp Nummer zwei. Das ist natürlich echt schade. Wenn ich groß bin, möchte ich ein großer, starker Matrose auf einem riesigen Boot werden. Oder ein Botaniker. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe ein wenig Zeit bis zum nächsten Fischzug. Daher ruhe ich mich lieber etwas aus. Ja, genau. Ruhe euch aus. Komme ich hier hoch? Ja. Das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwo eine Kiste übersehen. Also, ich gehe mal da stark davon aus, dass das eine Kiste ist, dass es sich um eine Kiste handelt. Weil ich habe die anderen Angeltipps ja auch in Kisten gefunden. Oder habe ich sie schon? Ich schaue mal kurz nach. Tutorials. So. Nein, mir fehlt Angeltipp zwei. Und den würde ich halt gerne noch finden. Bevor ich... Aber in Fässern ist... Ich kann ja auch keine Fässer kaputt machen. Das wäre mir neu. Ich kann ja nur Kästen zerschlagen. Ähm. Ich schneide euch mal schnell raus und nehme euch nochmal mit hinzu, bis ich die Kiste gefunden habe. Hier sind zwei Kästen. Hier oben sind zwei Kästen. Ich habe sie gefunden. Danke für nichts. Und ich dachte jetzt, das wären die... Na super. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt wirklich fast überall gewesen. Ich sehe jetzt auch von hier oben nichts mehr. Ob die jetzt irgendwo noch Kisten stehen? Oh Mann, ey. Ich habe jetzt echt gehofft, dass die jetzt hier drin wären. Es handelt sich ja nur um einen Angeltipp, aber trotzdem. Ich hätte das schon gerne vervollständigt. Mann. Das ist echt mies. Und das wird auch hier sein. Das wird nicht woanders sein. Da brauche ich nicht zu gucken. Da war es nicht. Beziehungsweise da war eine Kiste, die ich ja schon kaputt gemacht habe. Am Weg zum Leuchtturm war auch nichts. Oder am Leuchtturm selbst. Oder beziehungsweise im Leuchtturm selbst war auch nichts. Mit dir habe ich nicht gesprochen, oder? Nee. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Definitiv nicht. Das Import-Export-Geschäft bombt. Oder boomt. Ich habe kaum noch eine freie Minute dieser Tage. Achso, du bist hier, um dich zu verstecken, damit du deine Ruhe hast oder dich von der Arbeit drücken kannst oder wie auch immer. Ich habe mich früher in der Ausbildung immer gesagt, ich muss auf Toilette. Und habe da erstmal so ein paar Minuten gechillt. Nee, die gehen nicht kaputt. Das ist ein ganz anderer Farbton. Die Kiste sieht auch komplett anders aus. Oh, das ist doch eine Katastrophe. Ja, nee, hier bin ich auch schon, glaube ich, dreimal gewesen. Ich laufe jetzt nochmal hier hoch. Aber ich sehe einfach nichts. Da unten ist auch nichts. So, und hier kann ich nicht entlanglaufen, ohne runterzufallen. Soll ich vielleicht doch nochmal zum Leuchtturm? Das wäre mir ja aufgefallen. Das hätte ich doch... Achso, hier komme ich gar nicht zum Leuchtturm. Da habe ich schon eine Karte. Und kann nicht richtig laufen. Aber ich hätte doch da eine Kiste gesehen. Hier war auch nichts, ne? Genau, du hast Pause und... bist am Nachdenken und so. Wann, das ärgert mich jetzt. Ich brauche auch nicht da reinzugehen. Ich weiß, dass da keine drin war. Ja, komm, ist halb so schlimm. Ich stehe auf. Hier komme ich nicht runter, ne? Kann ich noch so viel springen? Versuch, was wert. Obwohl, so viel Zeit geschenkt hätte ich jetzt. Ja, ich mir jetzt auch nicht. Boah, Leute, es tut mir so leid. Ich würde gern wissen, wo diese andere Kiste ist. Es kann doch nicht so schwer sein. Vergiss dich ja, in dieser Stadt zu finden. Moment mal. Moment. Mir fällt gerade was ein. Hier ist... Nee. Okay. So, das Mädchen. Wo stand das Mädchen? Hier. Hier vielleicht. Moment. Genau. Dich meinte ich aber nicht. Nicht, sondern das Mädchen, das hier hinten steht. Und zwar genau hier. Aber... Nee. Stopp. Genau hier war das. Aber ich konnte diese Kisten nicht kaputt machen. Nee. Verdammt. Das war jetzt noch so meine Hoffnung, dass ich da vielleicht was am Anfang übersehen habe. Genau. Da geht es nicht weiter für mich. Weil Rost und so. Genau. Und auch hier haben wir Rost. Bin ich ja am Anfang gewesen. Am Anfang der Folge. Überall. Alles verrostet. Ja, hallo. Und jetzt sind wir hier wieder auf dem Marktplatz, ne? Und hier ist auch nichts. Hier bin ich ja auch schon überall entlang gelaufen. Von außen nach innen. Hier geht es auch nicht weiter. Das ärgert mich. Es tut mir so leid. Ich finde es einfach nicht. Das ist eine Katastrophe. Na gut, da muss ich ein andern mal ran. Muss ich mir das ein andern mal angucken. Das bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt hier weiter unsere Zeit vergeuden und die blöde Kiste nicht finden. Gut, sprechen wir einfach mal hier mit dem Mann. Wie? Schamanenfisch? Oh, sicher, sicher. Ich könnte euch einen fangen. Ohne mich groß dabei anzustrengen. Aber warum sollte man jemandem einen Fisch geben, wenn man ihm das Angeln lehren kann? Hier, nehmt diese Angelrute und versucht es einmal. Ihr könnt Schamanenfische am Strand fangen. Wie man angelt, ist da eine... Ja, ist das eine ernsthafte Frage? Meine Güte, war das ein schwerer Satz? Ihr müsst euren Körper in die entgegengesetzte Richtung des Fisches bewegen. Verstanden? Hier, lasst mich euch währenddessen einen Köder geben. Das Angeln ist eine Willensprüfung zwischen Mensch und Bestie. Gebt dem Kampf niemals verloren. Ich nehme an, wir sollten uns lieber einen guten Angelplatz suchen. Eine Angel und Köder erhalten. Angeln. Wenn B, Angeln, auf dem Bildschirm erscheint, drücke B, um deinen Köder auszuwählen und zu angeln. Wenn sich deine Angel biegt, drücke A, um den Fisch einzuholen und drücke dann den linken Analogstick in die entgegengesetzte Richtung des Fisches, um dessen Lebenspunkte zu reduzieren. Wenn die Lebenspunkte des Fisches auf Null fallen, fängst du den Fisch automatisch. Okay, drücke A. Muss ich wiederholt A drücken? Muss ich A gedrückt halten? Muss ich nur einmal A drücken? Ich gehe mal stark davon aus, dass ich nur einmal A drücken muss. So wie ich das hier jetzt lese. So, ich habe x beliebige Köder, oder wie sehe ich das? Moment, das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ähm, und das Tutorial durchzulesen. Natürlich fehlt mir Tutorial 2, ne? Der Abschluss bestimmter Missionen verbessert deine Angelfertigkeit und erleichtert dir das Fangen größerer Fische. Du kannst A benutzen, um einen Fisch einzuholen, selbst wenn dieser noch über Lebenspunkte verfügt. Je mehr Lebenspunkte der Fisch noch hat, desto unwahrscheinlicher ist es, den Fisch zu fangen. Angel-Tipp 5. Einige Fische lassen sich als Köder verwenden, um größere Fische zu fangen. Super, okay. Ah, stopp, nein, ich bin noch nicht fertig. Mr. Weiß, es tut mir leid, ich muss dich kurz nochmal aufschlagen. Und zwar alle Items. Südfelder, genau, eine Karte der Südfelder. Eine Karte der Meeresfront. So, und dann haben wir doch auch hier unsere Angel. Ah, Setzling-Reispflanze, die ist auch neu. Düngerernte plus ist neu der Köder. Angelzeug. Benutze es an der richtigen Stelle zum Angeln. Ich habe nur einen Köder bekommen. Ja, super, dann muss ich das ja im First Try hinbekommen, hier mit meinem Geangel. Ja, und die Angel selbst. Wo ist die? Die ist jetzt hier nicht mit dabei gewesen. Bei Waffen finde ich sie auch nicht. Kampfkunst, Waffen, Magie, wohl eher weniger. Notizen, Angelrekorde. Ja, du hast noch keinen Angelrekord. Okay, ähm, wollen wir mal angeln noch in dieser Folge? Ich weiß, wir sind eigentlich schon ein bisschen über die Zeit, ne? Aber das, das macht nichts. Ähm, B-Tasse drücken zum Angeln. Köder auswählen. Okay. Und? Was ist passiert? Angelergebnisse, der Fisch ist entkommen. Ich glaube, du musst dich in die entgegengesetzte Richtung des Fisches bewegen. Das habe ich doch. Ich habe doch nach hinten gedrückt. Ah gut, ich kann den Köder nochmal verwenden. Immerhin. Aber ich glaube, ich habe auch erst A gedrückt. Aber das kann man ja üben. Das kann man ja lernen. Und dann dieser Lebensbalken. Was war jetzt? Das hat doch gar, das hat gar keiner angebissen. Ja, Fisch ist entkommen. Was für ein Fisch? Das hat doch gar keiner angebissen. So gut. Angeln wir hier. Stattdessen. Probieren wir das nochmal. Na komm schon. Hä? Der Fisch ist entkommen. Wie kann er denn hier? Da hat doch gar keiner angebissen. Oder muss ich A drücken? Ne, habe ich ja eben auch nicht gemacht. Nicht mal eine Kleinigkeit. Ei, ja. Gut, ich muss nicht A drücken. Leute, es tut mir so leid. Dass ich mich da so dumm anstelle. Ja, da passiert einfach nichts. Da beißt niemand an. Sollte ich mich vielleicht woanders hinstellen? Moment, komm. Stellen wir uns mal hier hin. So. Vielleicht ist es hier angenehmer. Keine Ahnung. Geh du mal weg. Sonst kommt keiner. Ja, nee, alles klar. Das. Ja, alles klar. Ich weiß Bescheid. Ist ja eine Katastrophe. Ich bin jetzt schon angenervt. Moment, ich habe eine andere Idee. Ich kann doch bestimmt auch von hier angeln. Oder? So. Ne, das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist aber schade. Aber ich kann hier angeln. Dann probieren wir das hier. So, hier ist auch niemand. Hier ist es schön ruhig. Hoffe ich doch zumindest. Ja, nee, sieht schlecht aus. Ah, Moment. Ah, ich dachte. Die Angel hätte so ein bisschen gezuckt. Der Fisch ist entkommen. Was für ein Fisch ist denn bitte entkommen? Das würde ich ja mal gerne wissen. Da war ja überhaupt gar kein Fisch an der Angel. Ja, das bin ich jetzt gewesen. Das hier ist dumm gewesen. So, nochmal. Okay. Ich bin, ich bin überfordert. Ich bin zu blöd zum Angeln. Das funktioniert alles nicht so, wie ich mir das gerne wünsche. Kann ich auch hier angeln? Nein. Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Stellen wir uns mal hier hin. Hier vorne. Zu dir. So, und... Genau. Nee, da passiert einfach nichts. Was habe ich denn... Was habe ich denn beim ersten Mal gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach gewartet, bis was passiert. Und dann ist was passiert. Und dann, ja, hatte ich halt Pech. Das hier ist ja jetzt blöd. Kann ich von hier angeln? Nee, da passiert auch nichts. Moment, ich stelle mich da jetzt nochmal hin. Ich probiere das jetzt noch einmal. Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht so schwer sein. Oder muss ich an eine bestimmte Stelle? Ach, ich muss da hin. Ach so. Vielleicht passiert deswegen nichts. Äh, ja, super. Alles klar. Ich muss mich dort hinstellen, wo das X ist. Ich rede mir jetzt einfach ein, dass es damit was zu tun hat. Hoppla. Bitte mach nicht den Abgang. Ich meine, gut, es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn da jetzt was passieren würde. Ach, ich muss mich komplett da, komplett raus. Okay. Dann gehen wir mal. So, hier soll ich mich jetzt hinstellen und angeln. Und zwar genau hier. Gut, dann probiere ich das einfach. Ich dachte, ich könnte einfach irgendwo hingehen. Aber vielleicht fürs erste Mal muss ich hier hin. Möchte das Spiel, dass ich hier hinkomme. Ja, aber hier passiert auch nichts. Ist doch ein Witz. Von wegen, es sind so viele. Wenn die Angelrute stark ausschlägt, musst du mit deinem Körper dagegen halten. Ich weiß, okay? Naja, ich weiß eigentlich gar nichts. Aber es hat ja gar keiner angebissen. Wenn die Angel anschlägt. So? Hat die jetzt gerade angeschlagen oder nicht? Oder sehe ich das nicht richtig? Okay, aufgepasst. Hä? Angelt der jetzt? Ja, 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 ja. Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Ja. Komm. 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 Ja. Und so habe ich das die ganze Zeit auch gemacht. Du hast einen Schamanen-Fisch geangelt. Du hast einen neuen Größen-Rekord-Schamanen-Fisch aufgestellt. 11 cm. Du hast einen neuen Gewichts-Rekord aufgestellt. Wow. 0,15 kg. Perfekt. Lass ihn uns zu Jonah bringen. Zu Jonah bringen? Habe ich denn jetzt eigentlich noch einen Köder? Kann ich den Köder nochmal benutzen? Tatsächlich. Ich möchte das jetzt nochmal probieren. Nicht einmal eine Kleinigkeit. Ich muss das nochmal probieren. Ich muss damit warm werden. Ich werde damit auf Screen mal noch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, okay. Ne, das lassen wir jetzt einfach mal. Ich hab für sowas keine Geduld. Ich hab keine Ahnung, wie das hier richtig funktioniert. Bin jetzt schon richtig angenervt. Das ist die Leuchtturm-Dame. Du bist... Das ist gerade echt ungünstig. Ich wollte eigentlich zum Speicherpunkt laufen. Oh. Ich bin... So müde. Ja, alles klar. Ich bin überzeugt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass jetzt irgendwas passiert, wenn ich da jetzt zu nahe komme. Deswegen muss ich jetzt einfach hier die Folge beenden. Und werde im Anschluss die nächste Folge aufnehmen. Ja, gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.